Was ist das? 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 Wir spielen mit der Kripplash Heute sind wir der... Du musst auch reden! Der Viti, der Floci, der Hans, Gregus, meiner Wenigkeit und unser bester Mondbläser Mondbläser Ja, Mondbläser Und wer sind wir eigentlich? Das ist ein Bracken mit Harvest Aber das ist nicht klar, wenn du dich auf den Channels hast Nein, nein, nein Wenn wir schon Bracken mit Harvest heißen dann kommt Zeit, dass der Pipps offen nicht zuschauen Da fehlt dir mal gar nichts klar Ja Wieder mal ein Kripplash, weil es eh schon wurscht ist weil wir wieder nichts hinhaben mit der Technik Der Hans glaubt ja Das wird ja nicht zerstören Ah! Sit back and relax Hey, welcome to Kripplash Hey! Hey! Was aufstehen wir hier auf, du, Junge Ich hab mich nicht auf Angst zu suchen Tschüssi, Rudi Tschüssi, ja Sag mir noch, wie man mich schreibt Was? Das ist halt das Krippl-Kollekt, oder? Ah, Ex-Lit-Kollekt Nein, nein, nein Das wäre ja auch nicht Und ein Bonus, wenn du mehr Krippl-Kollekt bekommst Das ist der erste Hände Du kannst erstmal ins Krippl-Kollekt Das wäre完adamente ein kurzer Hände Hans Kinki nicht mehr Ich finde das Und er kommt BORKL-KOLLidian BORKLEND wie eine Hände was nicht Oh, Alter elo Strecke ist der Runde Das ist der erste Hände Das ist auch ein Genocker-Action-App-Zoll. Nein, Entschuldige Flächsung! Alter, das ist so furchtbar! Scheiße, du bist so furchtbar! Komm schon, zwei! Komm schon, komm schon! Ja! Ich habe Chatfit! Ich habe Chatfit! Das war wirklich schwer, Kräuer! Ich habe Chatfit! A good alternative for ping-pong paddles. Das ist nicht so schlecht, man. Nein, John! Ich habe es nicht! Aber die schebert es mehr! Ich freue mich, das ist unmöglich, oder? Ja! Wir müssen nichts gut sein! Warum bin ich schon wieder so schlecht im Schaden? Erstes Jahrhund? Erstes Jahrhund? Erstes Jahrhund? Nächste Jahrhund? Nächste Jahrhund? Er ist ein Twinn! Was ist das? Was ist das? Es ist ein Twin! Oh, was ist das? Was war's eigentlich? Ach so! Ach so! Ach so! Wir haben zuerst die Musik sparen! Bah, viel Spadenecks! Hat's nicht geht, den Toaster-Dock-Dock-Dock! Hat's nicht geht! Das war genau das gleiche! Jürgen, was sag ich immer? Du, du musst doch denken! Nein! Du musst denken! Das Länge ist schon tot! Hahahaha! Das ist schon tot! Das ist schon tot! Das ist schon tot! Aura! Kannst du mir nicht die Handwand zeigen? Ich hab nicht gewusst! Das ist schon tot! Ich hab die extra groß! Das ist schon tot! Das ist die größte T-Shirt-Mugger in Mississippie, wahrscheinlich! Hahahaha! Hahahaha! Scheiße! Hahahaha! Hahahaha! Whiplash! Hau mal mit dem Whiplash! Hau mal mit dem Whiplash! Schleif dich, oder? Hau mal mit dem Whiplash! Hau mal mit dem Whiplash! Ja, das war great! Das war's wie die Stür! Wer zu hören ist Luhmitz! Oh the fuck, es ist Luhmitz! Der was die Germanwax-Maschinox-Gerz-Tür hat! Oh, nee! Hey, bro! Das ist gar nicht so. Ich bin schon wieder ein Fiat-Misch! Nein, nein! Drei Bier! Kannst du mal nicht? Drei Bier! Drei Bier! Du bist immer in die Hand! Warte, mach! Warte, mach! Next one! The worst material with which to make a snowman! Oh Gott, please! Ja! Hahahaha! Hahahaha! Oh, mir gefällt dir doch viel noch nicht hier! Wie ist wirklich schön! Drei Bier! Warte, schön! Oh, Misch! Warte, warte, warte! Oh, wie ist das Wohin mit? Oh, warte! Hahahaha! Schnell, ein Mensch! Das ist ein Wohin! Das ist ein Wohin! Das ist ein Wohin! Das ist ein Wohin! Das ist für ein Wohin, was ich nicht. Ich habe nicht die Wohin! Das war's! Hahahaha! Hahahaha! Das lagte! Hahahaha! Das ist mir das geilste, oder? Oh, Geflies! Die Quick-Place hätte mir schon gedacht, dass das geht. Nein! Ich bin da dem nicht vergont und ich habe es genau vorausgearbeitet. Ich habe es genau berechnet. Next in line is something that will be fun to throw off the Eiffel Tower. Hahaha! Du hast gesagt, der ist soooomass lecker! Ist das gut! Aber Sixty-Nine-Ritte, du bist ein Riffel. Ich heiße ihn jetzt noch. Sixty-Five. Ah ja, Sixty-Nine, oder? Sixty-Five, Sixty-Five. Erst los! Nein, wie du das nicht von uns? Ich bin der Einzige mit Quick-Place. Hahaha! So spült er! So spült er! Dreckig, ich bin total dreckig. Ich bin total dreckig. Wow! Das ist wegen seiner Drecks Quick-Place. Hähnchen, danke! This is round 3, the last lash. Hähnchen, danke! Everyone gets the same, one, single prompt this time. Hähnchen, danke! The last lash prompt is... Something you should never say as the captain of a bowling team. Hähnchen, danke! Hähnchen, danke! Hähnchen, danke! Hähnchen, danke! I'm gonna try it! Hähnchen, danke! Rickus! Hähnchen, danke! Alright you don't worry! Hähnchen, who are you? Hähnchen, who are you? NICHT! Now, you get a really nice round of this round, spread out anyway you like. Or give them all to one answer! Wie ist das? Scheiße! Warum heilt das denn? Ach so, was wir nehmen sollen! Nicht 50! Mit so einem Punkt, den wir noch aussehen! 20 und 25! Ah, der Green Goose gibt alles! Oh, das ist voll weit zu... Was ist das Feuer so weit vorne? Ich glaube, ich werde schware jetzt. Nein, das geht ja nicht raus. Ja, das geht ja nicht raus! Ah, da bin ich noch zu Hause! So, danke schön! So, danke schön! Nicht schlecht! Es ist hart, Green Goose! Ich bin so schlecht, denn ich fühle! Will ich noch eine Pause machen? Nein, ich bin mir noch nicht gleich. Nein, ich meine, zum Aufnehmen! Nein, nein, nein! Das geht schon! Hi, der, ich bin Schredi! Ich bin ein Schwerst auf, das hat mich noch zu sein! Oh, das ist ein Schwerst. Ja, das ist so schön! Oh, das ist so schön! Nein, ich bin so schön! Ich bin so süß! Das ist so süß! Ich bin schon ein Schwerst auf, das ist so ein Schwerst! Ich verstehe. Ich verstehe. Scheiße, oder? Ja. Das ist das Beste. Oh, ich finde ich. Schau mal so. Ich kann das nicht vergessen. Ich hoffe, ich habe den anderen Pfigur-Left-Left. Ich kann der erste Prudenz. Der zweite Kramp. Jetzt kommt der Prudenz-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Ich weiß nicht, warum das Denkst du den Kampenift. Das ist dein Haar, das ist Defter. Die Autoriere Los. Glaubst du, dass das sonst populär ist? Dann meint sie sich erschaffen. Was? Was ist das denn? RIPLASH! Was? 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 Das ist so ganz gut. Was ist absteck? A very unnecessary surgery. It's already done. Das ist so nemmarsch. Das ist nicht schlecht. Du kannst nicht mehr schreiben. Ja. Ja, aber trotzdem. Scheiße, du bist tot. Du kannst es wieder treffen. Das ist nicht so, was du? Das ist falsch. Das ist falsch. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab mich здесь. Er hat mich zu sagen. Ich hab das Angst. Ja, was ist das? Scheiße! Ja, ich trage mich, ich trage mich schnell. Echt? Was? Ich hab dich froh, dass er noch nicht stand. Time to load! Das ist okay! Na, ich bin mal hart! Da ist der Kühler-Chef für den Parkes. Boah, sehr leid. Was geht, Kilo Gelb? Was hat die Frau gehört, Kassel? Wollt ihr ins Credits score? Was heißt das? Ja, ich habe eher so. Ich weiß ja, das ganze Versaun hat. Also, dass er groß geworden ist mit ihm in die Richtung. Gab's das? Ich hab schon... Hallo! Ich steh auf Platz 2. Okay. Time for round 2, where I think it's worth 2 times as much as that silly round 1. Ja, ja. Der sagt Lauhand. Der sagt Lauhand. Na, verschrieb! Ja, ja. Ich hab mir verschrieben. Ich hab mir verschrieben. Ich hab mir verschrieben. Das ist wirklich die letzte Fortsetzung. Ja, hier we go. Was, ja. ...starting things off... ...a good sign you are never going to be a professional football player. Okay, voting time. Pick your favorite. Hey! Ich glaube, das ist auch der Enttück. Hey! Hallo! Mach. Gib mir, der! Gib mir! Du hast das Zürbricht gespüßt. Hast du das Fuß in die Welt? Ja, jetzt Fuß. And the next is... A unique way to escape from prison. It's voting done. Du, genau. Du, genau. Wow, like dick so. So, was echt geil. Du hast mich nie gezeigt, du bist mir so schwarz. Digga, man, das ist gut. Was meinst du? Tauben wir beide? Ja. Aber das ist's weird. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Coming up next, the best shirt to wear next to somebody who's wearing an I'm with stupid t-shirt. It's voting time. This is good. Cold up. Fliiis. Huh? Fliiis. Die haut, die redden wahrscheinlich zahen, oder die frau. Nein. One. Nein, glaube ich habe wirklich nicht. Next up. The name of a fast food restaurant in the stone age. Time to vote. Das ist's. Naftaloo. Das ist meinst du. Das ist meinst du. Das ist meinst du. Du, du ist meinst du. Ich bin jetzt blöd. So, jetzt geht's um die Wurst. Oh, Gott. Das ist wirklich falsch. All right, we're ready. Was ist die Wurst? Was ist die Wurst? Was ist die Wurst? Das ist ein edler Tropfen, gell? Ich bin gespannt. Alter, super, jetzt haben wir noch Angst. Jetzt hat man eh so einen Schlecht. Da ist der Wind, ja. Mittlerweile ist es gut. Der hat jetzt das Geburtstag gehabt. Ja, ja. Warum hab ich es für den 25? 20? Ja, muss alle wissen. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Ah. Dass übergestattet ist, dass irgendwelche äh, du jetzt ein Menü um auf der 8. Klasse gegeben haben. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab mir gedacht, dass du noch wirst. Ja, jetzt ist schon ein bisschen lustig. Ja, jawohl. Schon wieder der Grinkel, ja? Ja, ja, ja. Das wird mir zogen auf 24. Lange, oder? Ja, ja. Aber eins geht noch, eins geht noch. Ja, ja. Eins muss noch sein. Warte, ich will mir noch gerne. Jetzt start's schon, Junge. Ja, der hat nicht so lange. Ja, der hat nicht so lange.